Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder ein aussortiert Flop-Video. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zu erfahren, was ich alles aussortiert habe und warum, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Videos erscheinen monatlich. Ich drehe die immer so, wenn ich halt quasi genug habe, um ein Video darüber zu drehen. Und es ist so, dass ich ja immer mal wieder verschiedene Schminkprodukte ausprobiere oder Pflegeprodukte auch. Aber meistens sind in diesen Videos hauptsächlich Schminkprodukte drin enthalten. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, weil ich halt einfach irgendwie die Farbe passt nicht oder die Konsistenz gefällt mir nicht oder so. Oder das Produkt funktioniert nicht auf meinem Gesicht, dann landet das hier. Also das ist niemals ein Bash gegen Marken oder wenn es dein Lieblingsprodukt ist, ist es auch vollkommen cool. Es hat halt einfach bei mir nicht funktioniert oder ich musste es aus aktuellen Gründen aussortieren. Auch das ist vorgekommen bei diesem hier, was ich hier stehen habe. Und ich habe das einfach gesammelt, habe mir hier meine Liste geschrieben. Immer dann, wenn ich es aussortiert habe, warum ich das aussortiert habe. Heute haben wir den 22. April. Ja, ich habe hier ein Haar. Oh, das ist noch angewachsen. Das sollten wir auch dran lassen, Leute, ne? Das heißt, die Produkte, die ihr hier seht, sind sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht mehr bei mir. Also das müsste ja wahrscheinlich im Juni dann online kommen. Ja, ich glaube schon, ne? Im Juni müsste das online kommen. Oder? Ja? Weiß ich nicht? Ich glaube schon, ne? Und da sind die Sachen natürlich nicht mehr hier. Also ich sehe immer zu, dass ich relativ schnell in Trash-Paketen oder an Freunde und Familie die Produkte weitergebe. Weil dort kann es ja durchaus sein, dass die Produkte funktionieren. Und, ja, oder halt dann eBay-Kleinanzeigen zu verschenken. Mache ich immer große Pakete und, ja, da geht dann halt auch immer einiges raus, sage ich jetzt einfach mal. Und, ja, so kann man dann einfach, ja, die Produkte an den Mann bringen. Und die müssen halt auch immer schnell weg. Nicht, dass sie irgendwie schlecht werden. Das ist nämlich immer so eine kleine Geschichte. Denn auf so einem Beauty-Kanal ist es grundsätzlich ein Kampf gegen die Zeit, die man führt. Denn die Produkte haben immer nur eine gewisse Haltbarkeit. Achtet immer drauf. Die Produkte haben meistens immer so, hier, da steht es auch drauf, ne? So ein kleines Pöttchen drauf abgebildet, wo drauf steht, wie lange man das haltbar öffnen, also offen haben sollte. Bei Flüssigprodukten schreibe ich mir das tatsächlich auch in meine Excel-Tabelle mit rein und achte dann auch darauf. Bei Puderprodukten bin ich da etwas entspannter. Aber ich muss auch gestehen, ich desinfiziere meine Produkte regelmäßig. So, um diesen Disclaimer noch ein bisschen länger zu machen. In diesen Videos ist es auch immer so, dass die Kommentare grundsätzlich frei dafür sind. Und falls ihr Bock habt, zum Beispiel irgendwelche Trash-Gruppen zu starten oder Tauschgruppen zu starten, da schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe schon gelesen, dass es irgendwie eine Trash-Gruppe in der Schweiz gibt, in Deutschland gibt es einige, in der Österreich. In Österreich habe ich auch gesehen, gibt es welche. Also schreibt gerne einfach euer Land in die Kommentare rein und, ja, ne, dass ihr sucht oder wie auch immer. Und lest euch das einfach mal durch, dass ihr euch sucht und findet. Ich fände es ziemlich cool und wünsche euch da auf jeden Fall super viel Erfolg und viel Spaß auf jeden Fall. Ich möchte jetzt einfach mal starten, so nach einer gewissen Zeit, ne. Ich habe manche Sachen, die ich aussortiere, da gehe ich dann einfach in der Masse durch, weil meine aktuelle Situation ist ja, dass ich wahrscheinlich schon, wenn dieses Video online kommt, nach oben gezogen bin. Weil wir ja am Renovieren sind und oben ist ja dann, ups, also, nein, oh, noch geht das. Noch ist der Bauch nicht im Weg, weil wie gesagt, ich drehe ja im April, ne. Genau, noch bin ich hier unten, aber wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, bin ich schon oben. Also quasi in meinem Drehzimmer. Und ich möchte zusehen, dass ich so wenig wie möglich mit nach oben nehme, was ich eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Deswegen gehe ich einfach sukzessive auch schon so in der Masse ein bisschen durch meine Sammlung durch. Deswegen habe ich hier super viele Lip Liner aussortiert. Die mache ich jetzt nicht alle einzeln hier hin, ne. Also das hier sind Drogerie- und High-End Lip Liner. Da bin ich einfach mal durchgegangen und habe hier einfach aussortiert. Und das ist entweder, dass ich Farben doppelt oder dreifach habe oder dass die zu hart sind. Also das ist dann immer so mein Kriterium. Ich habe das Ganze geswatcht und dann entschieden. Das sind einfach Produkte, die kann ich hier super in Trash oder so weitergeben, wenn man die auch echt geil anspitzen kann. Oder halt desinfizieren kann. Nicht schon wieder einer hier runterfallen. Und genau, deswegen, die werden auf jeden Fall Ruckizuck weiter wandern. Dann habe ich ja ein Fullface Manhattan geschminkt, was safe mittlerweile online sein sollte. Und da habe ich einen Lippenstift drin gehabt, der ist mir zu pink gewesen irgendwie. In der Farbe Rosewood Road 150 ist die Farbbezeichnung. Da habe ich dieses Schätze-Line. Und auf meinen Lippen war das nicht so schön. Und dementsprechend musste er mich jetzt verlassen. Ich glaube, der war in irgendeinem Adventskalender. Oder habe ich mir den so gekauft? Oder in der Box? Weiß ich nicht. Ist jetzt auf jeden Fall Chalkakao unterwegs. Dann habe ich eine Mascara, die von außen echt vielversprechend aussah. Ja, Wonder Extension Lash Extension Effekt Mascara. Das ist diese hier. Die ist aber leider viel zu wenig. Also eine Mascara, die so kunterbunt aussieht von außen. Und die Wonder Extension heißt. Und so ein Bürstchen hat, wie die Love Hook It Real Good Mascara. Ist es, glaube ich, gewesen. Die sollte doch auch wo abgehen wie ein Zäpfchen. Aber die macht nichts. Die macht so am Ansatz ein bisschen was. Aber nicht so in die Länge. Und das Volumen fehlte mir halt auch einfach. Also wirklich, wirklich schade. Du hast hier auch so Fasern irgendwie scheinbar mit drin, oder? Sieht das jetzt nur so aus? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal nochmal. Ist auf jeden Fall sehr... Wie nennt man das? Nicht latexmäßig. Da hängt halt was ab, ne? Naja. Auf jeden Fall kann ich die für meine Wimpern nicht empfehlen. Aber da sind halt wirklich auch alle möglichen Wimpern unterschiedlich. Bei mir hat sie halt nicht so gut funktioniert. Dann habe ich auch einen Eyeliner aussortiert. Den mochte ich mal richtig gerne. Den Wonder Wing. Der ist irgendwie wohl eingetrocknet. Der wird dann auch wohl in den Müll wandern und nicht weitergehen. Ja. Ist ziemlich schade, ne? Also sowas kann halt passieren. Dass sowas eintrocknet. Gerade diese Filz-Eyeliner. Und das ist halt einer, der so eine Spitze hatte, die man theoretisch hätte stempeln können. Und dann ziehst du dir den durch. Ja. Das hat halt nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, kommt der Müll. Dann habe ich auch ein Augenbrauenprodukt, was ich auch sortiert habe. Blondie Brow. War aber viel zu warm für mich. Also hat bei mir persönlich nicht so gut funktioniert. Auch das ist ein Produkt, was man 1a weitergeben kann, ne? Weil ich glaube, das ist sogar zum Anspitzen. Jo. Kann man super anspitzen und dann weitergeben. Läuft. Ähm. Ja. Jetzt kommen wir mal zu was anderem als Manhattan. Und zwar die Foundation habt ihr eben schon gesehen. Rival Loves Me. In der Farbe 02 Ivory. Skin Optimizer Foundation. Mattierend. Das ist schon mal nichts für mich eigentlich, ne? Geil. Und Hautbildverbessernd. Okay. Ist mir aber von der Farbe her zu gelb. Ne? Ist natürlich auch die zweithellste Farbe. Und nicht die absolut hellste Farbe. Die ist mir einfach... Die passt nicht. Ich glaube, die habe ich mal aus Trashy rausgenommen, glaube ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Passt mir auf jeden Fall nicht. Dann habe ich hier von RMS Beauty eine Palette aussortiert. Die habe ich mal bei Niche Beauty, glaube ich, bestellt. Als ich auch so eine Mega-Bag mir gekauft habe. Oder mitbestellen konnte. Wenn man einen gewissen Einkaufswert hat, kriegst du das für Ome mit dabei. Ihr wisst das, ne? Ihr kennt den Kram. Und ich hatte mir viel davon erhofft, als ich das Online-Bild gesehen habe. Aber leider ist es das nicht. Ich habe sie dann natürlich ausprobiert. Und nee. Nee, nee, nee. Also ich habe mir da auch ein bisschen was zu aufgeschrieben. Das kann ich euch auch mal vorlesen. Der Highlighter ist zu kühl. Der Blush leider fleckig. Und die Lidschatten sind öde. Läuft. Genau, weil hier außen sind natürlich die Lidschatten. Das ist der Highlighter und das ist der Blush. Und wenn das alles halt so ist, dann ist sie für mich halt nicht geeignet. Sowas ist eigentlich super prädestiniert dafür, in Trashy-Saurus reinzugehen. Jo, hier kommen wir mal zu einem Pflege-Fail quasi. Die Isala-Gesichts-Enthaarung-Pets ohne Chemie, ohne Schnittgefahr. Ha! Von wegen. Also das ist wirklich ein ganz krasses Zeug. Denn es macht nicht, dass es die Haare entfernt. Das ist jedenfalls mein Erlebnis damit. Sondern es hat mir hier an der Oberlippe das Ganze so wund gemacht. Also die Haut war quasi, oder die erste Hautschicht war weg. Das war nicht geil, Leute. Kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Fand ich ganz übel. Ganz, ganz übel. Es war nicht angenehm. Alles andere als angenehm. Dieses Peeling ist leider auch echt durchgefallen bei mir. Zweimal verwendet, dann direkt aussortiert. Soll jemand anders seine Freude damit haben von Isala Soft Skin. Creme-Öl-Peeling. Ich kenne ja dieses Creme-Öl-Peeling zum Beispiel von Kneipp, was geil ist. Was hier so eine Göttinnenhaut macht. Das hier ist eine Nullnummer. Weil das macht gar kein Peeling. Und irgendwie auch wirklich gar nicht so einen wirklichen Effekt und so. Also nee, nee. Also man sieht es wahrscheinlich in der Konsistenz schon, ne. Dass es wirklich eher aussieht wie Guacamole. Gu-A-C-A-Gua-C-A-M-O-L-E. Als wie ein Peeling. Riecht angenehm. Schön frisch, ne. Dieser Avocado-frische Kick kommt da auf jeden Fall raus, ne. Aber gar kein Effekt auf der Haut. Und das ist doch nicht ziemlich schade. Deswegen soll sich jemand anders darüber erfreuen, falls man möchte. Jetzt kommen wir zu sehr tragischen Dingen. Denn aufgrund meiner Schwangerschaft kann ich natürlich das ein oder andere Produkt nicht mehr verwenden. Äh, genau. Da werde ich auch noch... Oder habe ich wahrscheinlich schon. Ja klar. Ihr seht das Video im Juni. Da habe ich ja schon ein extra Video zugedreht. Verlinke ich euch mal im i. Welche Pflegeprodukte man jetzt bestenfalls nicht verwenden sollte, wenn man schwanger ist, ne. Zum Beispiel Produkte mit Hormonen, die da drin sind. Da habe ich hier zum Beispiel mein heiß geliebtes Grande Lash MD Lash Enhancing Serum Wimpern Serum. Das ist leider immer nur zwölf Monate haltbar nach Anbruch. Das heißt, ich habe das angebrochen ungefähr im Januar. Da bin ich wahrscheinlich noch in der Stillzeit drin, ne. Deswegen wird das jetzt weiter wandern. Das ist ein sackenteures Feed. Das gibt es auch bei Purish. Da könnt ihr mit Cloudy 1215 manchmal sparen. Ansonsten gibt es das auch auf Amazon und so. Ich verlinke euch mal das, was ich gerade so finden kann, ne. Und, ja. Muss halt dazu sagen, dass das macht, dass die Wimpern so schön werden. Ich habe hammermäßige Wimpern dadurch bekommen. Aber ab dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich natürlich gesagt, nee, nee. Das wird natürlich nicht weiterverwendet. Ist logisch, ne. Weil Hormone in der Schwangerschaft zu nehmen, ist nicht so die allerbeste Entscheidung des Universums. Dann ist es natürlich so, dass ich mit meinen Kooperationspartnern auch gesprochen habe. Was mir natürlich zugute kommt, dass ich mit relativ kompetenten Hautfliegemarken auch kooperiere. Ich habe gesagt, Mensch Leute, ich bin schwanger. Welche Produkte, die ich jetzt hier von euch habe, dürfte ich jetzt theoretisch nicht unbedingt mehr verwenden. Daraus ist ja auch dieses Video entstanden. Und da sind die Leute halt wirklich super transparent auch mit umgegangen, was ich denen hoch anrechne. Und auch sehr, sehr wichtig finde, ne. Und da wurde mir zum Beispiel von Beauty Mates gesagt, Mensch, den Selbstbräunderbooster solltest du jetzt erstmal nicht verwenden. Weil da einfach keine Studien in der Schwangerschaft groß zugemacht worden sind. Und deswegen, ja, werde ich dieses Jahr im Sommer mit Käse, weißem Wein durch die Gegend rennen. Aber ich werde es überleben. Und das ist halt auch nur ab Anbruch sechs Monate haltbar. Gebe ich dann lieber weiter. Den kannst du 1a im Gesicht verwenden. Den kannst du 1a am Körper vermischen mit Bodylotion und so verwenden. Ich habe es geliebt, weil das halt keine Umpa-Lumpa-Orangen-mäßig komische Haut macht. Sondern halt wirklich dezent und schön gebräunte Haut. Streifenlos, geruchslos, geiles Zeug. Und ja, da könnt ihr auch mit Claudie 30, 30% sparen bei Beauty Mates. Kann ich euch super krass empfehlen. Ist ein Affiliate-Rabatt-Code. Ich darf dieses Produkt aber aktuell leider nicht verwenden. Aber viele andere Produkte aus deren Sortiment darf ich verwenden. Und sind auch aktuell bei mir in Anwendung. Und ja, genau, hochkonzentriertes Vieh. Ich gebe davon, also pro Bein, ne, wenn ich das halt mache, zwei Tropfen. Und im Gesicht mache ich ein, zwei Tropfen. Je nachdem, wie ich so meine Bräune haben möchte. Aber so als Referenzmenge, ne, wenn ihr das so möchtet. Und ich fände es eigentlich ganz geil. Und ich denke, meine Freundinnen werden sich auch drüber freuen, wenn ich es beim nächsten Mädelsabend mitbringe. Ne, geiles Produkt, ich sag's euch. Aber leider, schade Schokolade. Claudie darf nicht. Etwas, was ich jetzt einfach gerade nicht brauche, ist von Laia. Das PMS Körperöl. Deine natürliche Lösung mit CBD, Lavendel und Zimt. Pflegt und entspannt. Könnte ich theoretisch wahrscheinlich auch in der Schwangerschaft für meinen Aui-Bauch verwenden oder so. Aber nee, da habe ich ja andere Sachen, die auch ganz gut funktionieren. Auch so Wärmekissen, Wärmflaschen, die sind noch ein bisschen besser. Zwölf Monate haltbar ab Anbruch. Also dementsprechend auch weitergeben. Und, ja, das ist dieses hier. Ich habe es, glaube ich, einmal verwendet. Aber da war ich schon schwanger. Ich dachte, ich wäre, ich hätte quasi meine Menstruation. Aber es war die Einnistungsblutung. Ist eklig, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. Brauche ich das aktuell halt nicht. So, dann habe ich euch ja auch in Fullface She-Glam geschminkt, weil ich da mit She-In zusammenarbeiten durfte. Ich habe ja gesagt, dass ich bei der Kleidungsgeschichte halt einfach raus bin dieses Jahr. Das habe ich einfach schon Ende letzten Jahres an meine Kooperationspartner kommuniziert, was ich ziemlich witzig finde. Weil da war ich ja noch nicht schwanger. Ich hatte es aber irgendwie im Gespür, dass ich demnächst schwanger werden würde. So. Bin ich dann ja auch im Januar. Arschwitzig. Okay. Oder im Februar. Und, genau. Habe dann aber von She-In die Frage gestellt bekommen, ob ich Bock habe, vielleicht deren Make-Up-Brand dann nochmal zu testen. Ich hatte ja vorher schon mal ein Video mit She-Glam geschminkt. Und durfte mir dann einfach neue Produkte aussuchen und euch einen Code auch mit kommunizieren und so. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Genau. Aber diese 3D Pro Face Palette in der Farbe Dune habe ich jetzt aussortiert. War das das einzige Produkt aus dem Full Face? Finde ich auch gerade sehr interessant. Da haben wir einen Creme-Highlighter, zwei normale Highlighter und einen Bronzer mit drin enthalten. Und ich glaube, wir sehen alle, warum ich die Palette jetzt aussortiert habe. Es ist einfach zu dunkel. Ne? Ich glaube, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, oder? Habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Nein, doch. Was? Zu dunkel. Ja. Ja. Ist dann dementsprechend logisch, dass es weiter wandert. Ist aber schön. Also, ne? Aber halt für mich, für meinen Tau, ist es halt zu dunkel. Dann habe ich in meinen Full Face Beauty Boxen... Heieiei. März. Ist schon Weichen her eigentlich, ne? Egal. Dieses Produkt verwendet Coco Star Plump Lip Capsule Mask. Das sind diese Dinge. Und die brennen wie Feuer. Ich weiß nicht, kennt ihr die Lip Injection Extreme? Ist es, glaube ich, von Too Faced. Das ist noch eine Stufe härter. Das sind die Viecher. Wahnsinn. Au. Au. Dann habe ich hier ein Augenbrauen. Au. Au. Der Musikknochen. Das tut weh. Von Mina. In der Farbe durchsichtig 100. Die Eyebrow Mascara. Aber die ist halt einfach... Die macht nichts. Und wenn man halt einfach schon dieses Benefit 24 Stunden Brow Setter... Oder halt dieses Essence Limination Style Brow Gel in Anwendung mal hatte... Dann wird man halt echt so... Dass man sagt, nee, das sollte schon was aushalten. Dann habe ich hier mal wieder einen Augenbrauen Stift, der mir zu braun ist. Ist auch in der Farbe Brown. Lottie London Art Rival Brow Artist Pencil. Ist an und für sich ein schöner Stift, aber halt zu braun. Für mich leider nicht passend. Von der Mascara habe ich mir echt ein bisschen mehr versprochen. Art Deco Twist for Volume Mascara. Aber das ist ja so ein Dupe zu der... Ja, von... By Terry. Ich weiß nicht mehr. Die heißt auch irgendwas mit Twist. Und hier oben kannst du halt drehen. Sodass das Gummibürstchen, was hier drin ist, halt dann geswurlt ist. Oder eben gerade ist. Ist eigentlich ganz cool. Aber die hat halt echt nicht so wirklich einen Effekt gemacht. Und das fand ich schade, muss ich sagen. Ja, ich werde das wie gesagt im Familienkreis weitergeben. Normalerweise ist es ja immer schwierig, Mascaras weiterzugeben und so. Muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber ich denke mir zum Beispiel bei meiner Mama, ne, bin ich ganz entspannt. Oder bei meinen Freundinnen und so. Da sind wir halt auch recht eng miteinander. Und da sind wir halt auch entspannt. Da kann ich auch eine Mascara weitergeben. Das ist halt immer die Frage. Also an wildfremde Leute würde ich keine Mascara geben. Genauso wie ich auch nicht von wildfremden Leuten eine Mascara annehmen würde. Aber ich kenne meine Freundinnen. Meine Freundin kennt mich. Und ja, deswegen habe ich da keine Last mit. Und meine Mädels halt auch nicht. Das, wenn ich denen die weitergebe, dass sie die dann auch verwenden. Weil, ja, man kennt sich. Wenn man schon mal auf Junggesellenabschied war, dann teilt man sich eh fast alles. Dann habe ich hier BTY bei Naked. Einen Eyeliner. Das ist sehr, sehr schade gewesen. Denn ein Auge hat er gemalt. Das andere Auge eher weniger. Ciao, Kakao. Auch wieder so ein Filz-Eyeliner. Das ist sehr schade. Ja, auch von Kooperationsfilmen kann es durchaus vorkommen, dass ich Produkte in Anwendung nehme. Sie mir vielleicht das erste, zweite, dritte Mal gut gefallen. Und dann irgendwann gefallen sie mir nicht mehr. Und so ist es hier bei Pumelo & Co. Peach Detangler mit dieser Smoothing Cream gewesen. Die habe ich halt als Leaf-In in meine Haare reingegeben. Und das wirklich nur hier so in meine Längen, dass dann quasi die Haare entwirrt werden. Ich besser durchkämmen konnte und so. Und dann habe ich es halt drin gelassen. Aber es hat meine Haare schon ziemlich verklebt aus. Selbst wenn ich halt kleine Mengen genommen habe. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin halt eher so ein Fan von diesen Spray-Fächern. Das hier hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob mein Code Claudies Weltaktuell noch aktiv ist. Damit könnt ihr immer ordentlich bei Pumelo & Co. halt sparen. Gönnt euch hart. Aber ja, das hier würde ich jetzt persönlich nicht ganz so sehr empfehlen. Also, ne, war nicht ganz so meine Welt. Dann habe ich eine Foundation. Mensch, da hatte ich mich so drüber gefreut, als ich die in der Blissim-Frankreich-Box drin hatte. Von Fenty Beauty ist es die Pro Filter Foundation in der Farbe 120. Habe ich auch in Full-Face-Beauty-Boxen verwendet. Danach habe ich es dann nochmal verwendet. Und mit, also zweimal, mit zwei verschiedenen anderen Primern, wo eigentlich die Foundation gut drauf funktioniert. Nee. Nee, 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 nee. Die hat nicht funktioniert. Die hat beim Full-Face-Beauty-Boxen schon nicht funktioniert. Und die anderen beiden male danach leider auch nicht. Auch wenn die Farbe, wenn ich sie jetzt, so sieht es krass aus, ne. Aber wenn ich sie aufgetragen habe, gut funktioniert hat. Später halt nicht mehr. Was habe ich mir denn dazu aufgeschrieben? Äh, da. Blendet sich weg. Jo, so kann man es auch nennen. Ähm, genau. Also immer, wenn ich dann halt, äh, die verteilt habe mit Pinsel oder mit Schwämmchen, war danach einfach nichts mehr mehr da. Und das ist zu schade, ne. Ich habe ja diese Drop-Foundation von Fenty, die ich gerne mag, die ich auch gerne verwende. Aber die mag ich jetzt nicht so gern, die Pro Filter. Dann habe ich von Huda Beauty aus dem Threshold Saurus auch dieses Ding hier rausgenommen. Ähm, ich glaube, Cashew ist hier die Farbezeichnung. 140G. G steht ja auch für gelb. Ist nicht ganz so meins, ne. Ähm, luminous matt. Joa. Ja, also matt ist ja eigentlich auch schon wieder ein Indiz, dass ich davor schreiend weglaufen sollte. Das habe ich im ungeschönen Video verwendet. Im April war das auch tatsächlich mit Sarah Isabel. Ähm, als sie mir die Foundation aufgetragen hat, äh, hatte, hat sie sich ja ständig bei mir entschuldigt. Das lag aber eher am Primer. Da kommen wir auch gleich zu. Ähm, ja. Aber die ist mir halt einfach zu dunkel. Ich habe sie danach auch nochmal so aufgetragen mit einem anderen Primer. Aber selbst wenn ich jetzt im Sommer bräuner werde, kann ich das knicken. Muss man ja realistisch bleiben hier, ne. Dann habe ich auch aus diesem ungeschönen Video die Ela Masker Palette aussortiert. Schade, ne. Die ist halt auch recht teuer. Expressionist heißt die. Und, äh, die ist mir einfach zu wenig. Also zu mau. Also du kannst damit einfach nicht den Look erzielen, wo man so Bock drauf hätte. Die macht nicht wirklich was. Nö. Bin ich enttäuscht gewesen, weil es gibt deutlich schönere Drogerie-Paletten, die ein Zehntel davon kosten. Ja, das ist der böse Primer gewesen. Belle Hypoallergenic Just Free Skin Camouflage Imperfections Rednesses and Irritations. Ja, wohl nicht. Das macht halt einfach, dass jede Foundation furchtbar darauf sitzt. Habe ich auch mit einer anderen Foundation danach nochmal verwendet. Mit meiner geliebten Nabla Skin Realist, die immer funktioniert, ne. Nicht mit dem Primer. Der NYX Control Freak. Das ist auch so eine Augenbrauen-Gel-Geschichte. Macht nichts. Nee. Physicians Formula. Das ist eine Mascara Ultra Black. Lash Colorist. Colorist heißt es, glaube ich, ne. Soll die Wimpern einfärben, soll auch irgendwelche Wimpern-Baustein-Gedönsen drin haben. Die macht nichts. Die macht einfach zu wenig. Real Her Augenbrauen-Stift. Das ist auch mal wieder I am strong. Mal wieder so ein Vieh, was mir einfach zu braun ist. Es ist schwierig für mich, die richtige Augenbrauen-Farbe zu finden. Ich sage es euch. Nee, jetzt aktuell habe ich einen drauf. Der wird wahrscheinlich schon leer sein, wenn ich das Video online stelle von Zoeva Graphic Brows in der Farbe Amos. Der ist vielleicht auch sogar ein bisschen zu hell. Aber trotzdem gefällt er mir eigentlich deutlich besser als viele andere, die ich in letzter Zeit hatte. Dann habe ich hier eine Mascara aussortiert. Die hat wenig gemacht und sich scheiße abschminken lassen. Holika, Holika Lash Correcting Mascara. Ja, nee. Sieht aus wie eine Zahnpasta. Äh, nee. Nee. Kann ich nicht empfehlen. Legt sich halt auch wirklich ganz furchtbar um die Wimpern drumherum. So ein Faserbürstchen, ne. Nee, wirklich. Die hat nicht viel Schönes gemacht. Ich bin auch verwöhnt, ne. Der Nabla Vicious Mascara, die ist einfach phänomenal. Dann habe ich hier eine Elf-Palette. Die war mir, glaube ich, zu dunkel. Was habe ich aufgeschrieben? Zu fleckig und zu dunkel. Also alles, was im Prinzip zu dunkel für meinen Teint wäre, wird auf meiner Haut auch schnell fleckig. Das ist hier in der Farbe Fitchi. Genau. Und das ist ein Highlighter und ein Bronzer. Joa, ich teste mich ja gerne mal durch meine ganze Sammlung durch. Habe ich ja auch eben schon erwähnt, ne. Damit ich alles nach oben ziehen muss. Vor allem, weil ich das ja gar nicht selber tragen darf. Und andere das für mich tragen werden, da muss man schon auf die Rücken der Freunde achten. Und der Familie. Wannert weiter. Jetzt kommen wir zu einem Kracher, Leute. Oh mein Gott. Haltet euch fest. Natascha Denona, die Love-Palette habe ich jetzt aussortiert. Krasses Pferd, oder? Aber da kriege ich nichts Schönes mit auf meine Augen. Also ich habe heute auch Natascha Denona drauf. Ich bin nämlich gerade bei N, Natascha Denona, bei meiner Lidschatten-Sammlung. Und habe die Zendo-Palette drauf. Die ist jetzt aber auch schon den ganzen Tag drauf. Mein ganzes Make-up, ne. Das ist auch ein bisschen schon ganz woanders. Ich war einkaufen. Ich war Autofahren mit Brille und so ein Kram. Da blendet sich viel aus meinem Gesicht weg. Die hier macht aber keinen schönen Look. Ne. Hat mir gar nicht gefallen. Deswegen würde ich weiter wandern, ne. So schade, wie es ist. Aber ich meine, hat einen schönen lila Ton mit drin. Den einen oder anderen. Aber ansonsten siehst du schon krank aus, wenn du die verwendest. Also ich. Du siehst krank aus, wenn du ich bist. Genau. Schade, ne. Finde ich auch schade. Dann habe ich eine Palette aussortiert, was ich auch schade finde. Hier Catrice Limited Edition Disney. Mickey Mouse. Mensch, war ich da heiß hinterher. Und dann habe ich die im Schnäppchenschloss gesehen. Das Schnäppchenschloss hat nämlich so alte Limited Editions manchmal. Und da habe ich mir einen Keks gefreut. Und irgendwie habe ich die letztens aufgetragen und fand die ganz furchtbar, weil die auf einmal so fleckig geworden ist. Also der Blush und der Bronzer. Und dann hast du ja noch zwei Highlighter hier mit drin. Schade, oder? Aber ich glaube, wenn ich die in Trachiosaurus gebe, da freuen die Mädels sich schon drüber. Ich muss mir mal eben einen Schluck Tee trinken, weil meine Stimme versagt. So. Das waren jetzt die Produkte, zu denen ich was aufgeschrieben habe. Jetzt kommen wir zu denen, zu denen ich nichts aufgeschrieben habe. Ja, hier habe ich so einen Spatel aussortiert. Keine Ahnung. Ich habe genug Spatel, genauso wie ich genug Spoolies habe. Den kann Sandra, meine Freundin, gut gebrauchen. Jetzt aktuell im April habe ich meine Eremgad auch noch bei mir im Garten. Ab Ende April, Anfang Mai, werde ich das Gitter wegnehmen, dass sie sich dann frei austoben kann. Aber ich muss sie jetzt noch ein bisschen zufüttern. Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, sie arbeitet beim Tierschutz und wenn sie dann halt Wildtiere aufliest oder so, dass sie super solche Spoolies gebrauchen kann. Weil mit solchen Spoolies kann man die Tiere gut säubern. Und ich habe halt die Möglichkeit, an sowas anzukommen. Und wenn ich sowas überhabe, sortiere ich das aus. Und dann gebe ich das und dann freut sie sich. Dann hat sie das halt immer im Auto dabei, wenn sie dann gerufen wird, dass sie dann damit die Tiere reinigen kann. Ist eigentlich auch eine echt gute Idee, muss ich sagen. Und dann habe ich diese Mascara aussortiert von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara in Waterproof. Die Bad Girl Bang an sich finde ich gut. Macht schöne, lange Wimpern mit einem tollen Volumen, aber die in Waterproof ist mir einfach zu krass. Wenn du eine Mascara suchst, die nicht abstempelt, die dir die Wimpern wirklich den ganzen Tag Schwung hält und krass ist, dann nimm die. Aber dann nimm auch in Kauf, dass es schwierig wird, die abzuschwingen. Das muss ich halt auch noch mit auf den Weg geben. Ich persönlich mag nicht so gerne Waterproof Mascaras, weil ich meine Wimpern lieber pflege. Gerade jetzt, wo ich kein Wimpern-Serum mehr nehmen darf. Rezinusöl darf ich aber noch, keine Sorge. Und ja, deswegen. Das ist halt diese klassische Bürste mit diesen Gummibürstchen, Tannenbaumförmig. Und die habe ich, glaube ich, noch zweimal verwendet. Und die kann ich dann easy an eine Freundin geben. Meine Freunde fragen mich halt echt oft, ob ich eine Mascara habe, die waterproof ist, die richtig bombenfest hält. Jo, nimm die. Dann habe ich hier den Essence Active Whitener aussortiert. Basecoat, genau. Ich habe einfach den ein paar Mal verwendet und ich brauche mehr Pflege tatsächlich. Also Whitener ist ja schön und gut, brauche ich persönlich, aber nicht so sehr, weil ich ja eh eine Farbe drüber gebe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt etwas anderes, als wenn du dir jetzt so French Nails machen würdest oder so hier, bei dem habe ich das jetzt ja dieses Mal, dass ich da gar keine Farbe drunter habe, sondern einfach nur diesen Glitzer. Gut, da wäre das jetzt ganz schön gewesen. Aber, ne, ne, brauche ich nicht. Habe ich mir mal gekauft, als es eine LE war. Genauso habe ich hier von Alessandro zwei Stück. Das ist ein Nagelherder. Ja, den habe ich jetzt aussortiert. Brauche ich jetzt eigentlich soweit nicht. Und ein Topcoat. Ich habe genug Topcoats und ich liebe meine Essie Platinum Gedöns und diese gedrehten weißen Viecher. Da habe ich, glaube ich, drei Backups von. Ich brauche eigentlich keinen anderen Topcoat. Wird jetzt auch weiter wandern. Können sich meine Freundinnen, wie gesagt, auch drüber freuen, weil sowas gebe ich dann auch an meine Freundinnen weiter. Eine Foundation, die ich so geil fand und die habe ich auch viel verwendet. Ich weiß gar nicht, wie viel davon raus ist. Also, ich würde schon sagen, dass ich die bis hier ungefähr aufgebraucht habe. Also, dass hier nicht mehr viel drin ist. Ich packe die jetzt aber eher in Müll und packe die nicht zu meiner aufgebrauchten, dekorativen Kosmetik. Madara Skin Equal Soft Glow Foundation. Die ist, glaube ich, gekippt, weil zum einen stinkt die mittlerweile. Zum anderen ist es so, dass sie sich nicht mehr oben rauspumpen lässt. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, die zu entsorgen, so geil wie sie ist. Aber die ist, glaube ich, auch schon drei Jahre alt oder so. Weiß ich nicht. Ja, und die wäre bis 0,721 halbbar geil, Claudia. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte, dass ich mich wundere, dass sie gekippt ist. Das ist ziemlich eklig. Aber eine geile Foundation. Ich habe die in der Farbe 01, glaube ich, ne? Ne, 20, genau. Sehr schöne Foundation. Mittlere Deckkraft. Schönes Gesichtsgedönsen. Und, ja, kann ich euch eigentlich wohl empfehlen. Habe ich mal in der Kooperation zugeschickt bekommen. Dann habe ich ein Parfum aussortiert. Ich mag aktuell nicht jeden Duft, ne? Woran das wohl liegt. Ja, der kleine Bauchzweck ist da einfach auch irgendwo mit am Start. Und da fehlt mir schlecht von, wenn ich das rieche. Leider, weil anfangs, als ich das aus dem Trashy rausgenommen habe, ich glaube, im Januar war das, fand ich das geil. Und jetzt mittlerweile finde ich es ganz schlimm. Ein Eau de Parfum von Bilou. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie gesagt, es war halt im Trashy drin. Und, ja, wird jetzt weiter wandern, ne? Mal gucken, ob meine Freundinnen sich darüber freuen. Ich fand den Duft eigentlich geil. Aber jetzt, wie gesagt, wow. Jetzt habe ich noch ein bisschen was. Einmal Morphe, ein Blush-Trio, habe ich aussortiert. Ich möchte einfach Morphe nicht mehr unterstützen und keine Morphe-Produkte mehr haben werden. Also seit dieser ganzen Jeffree Star-Blur-Geschichte ist das alle mir zu kurios. Und so schön die Blushes anfangs auch waren. Die sind mir eigentlich auch zu dunkel übrigens. Ne, müssen jetzt halt einfach weiter wandern. Dann habe ich noch zwei Nabla-Paletten tatsächlich aussortiert. Jenny, bitte köpfe mich nicht. Jennys Highlights liebt diese Palette. Ich mag sie leider nicht ganz so gerne, weswegen sie jetzt fliegen muss. Midnight Cutie-Palette von Nabla ist das nämlich. Ach, die kriegt ihr bei Purish auch da. Könnte mein Rabatt gegebenenfalls gerade auch aktiv sein. Ne, da kriege ich einfach nicht so wirklich einen schönen Look mit hin, ne? So geil, wie ich dieses Blau hier außen finde. Aber irgendwie, das will nicht so schön werden bei mir. Ne, jemand anderes kann da bestimmt besser mit um. Und diese Secret-Palette, seitdem ich die habe, bin ich damit auch immer so ein bisschen am struggeln gewesen. Jetzt sage ich Ciao Kakao. Arschwein zusammenkneifen, Claudienchen, du musst dich auch mal von Dingen trennen. Auch wenn sie so wunderschön aussehen wie diese Palette. Jedenfalls von außen. Von innen ist sie jetzt nicht ganz so super spektakulär. Die ist ganz hübsch, okay. Kann man wohl mal machen. Habe ich mir, glaube ich, mal bei Pink Panda oder bei Purish, äh, bei Cosmetik Verlässt gekauft. Ja, ne, kriege ich auch nicht wirklich was Schönes hin. Ist nicht ganz so mein Vibe. Und da habe ich Paletten, die ich echt geil finde. Auch von Nabla tatsächlich. Und heute ist es nur gewesen hier mal wieder mit meinen aussortierten Produkten, ne? War schon ganz schön viel. Und ich werde weiter sammeln. Mal gucken, was dann als nächstes so fliegen wird. Wahrscheinlich mache ich auch das nächste noch in dieser Kulisse. Mal schauen, wie lange ich es noch, wie lange ich noch brauche, um oben den Raum fertig zu machen. Ja, wir schaffen das schon. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem aussortiert Flop-Ciao-Cacao-Video. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, aussortiert Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!